So sieht man sich wieder, im Wiedersehen. Freunde, das war gar nicht geplant, dass Teil 7 Wiedersehen heißt. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal 2. Ja, 60 Dollar! Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Nein! Nein, warte, 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 warte. GLaDOS kennt Gave Johnson? Stimmt, GLaDOS ist ein Roboter, der wurde safe von ihr gebaut, aber... Was ist eigentlich hier meine Aufgabe? Ah, da ist dieses rote Gel. Orange, wie auch immer. Das take ich. Achso, halt, das kommt jetzt hier raus, gell? Nee, warte mal, das will ich gar nicht. Nein, stopp. Ich will wissen, was das macht. Nichts. Bring? Nö. Was bringt mir das jetzt? Ich werde schneller. Ich werde zu Flash. Leute, Flash in Portal. Confirmed. Okay, das heißt aber. Ich muss. Stopp, ist es blau? Ja, blau, blau, blau da. Blau da. Ich jump da jetzt rein. Blau, blau da. Blau da. Drücken wir auf den Knopf. Und jetzt können wir rein theoretisch hier langrennen. Lol, das ist ja mal die beste Idee, die ich je gesehen habe. Okay, vielleicht, das müssen wir bestimmt hier auch nochmal machen. Ja. Ja, ja. Ich komme nicht mehr zurück. Oh, doch. Ich komme zurück. Oh, warte. Was? Ich muss hier... Hey, aber wie komme ich denn dann wieder zurück? Hui! Oh. Ups. Mit rechts schieße ich Orange. Dann schieße ich jetzt Orange hier hoch. Renn nach hinten. Wie Flash. Niiiui! Schieße Orange hier hin. Und schieße das Gel da hinten lang. Das funktioniert. Das ist gut, dass das so funktioniert. Und dann machen wir nochmal Flash. Und hoho! Ah! Oh, da muss ich mich reinschießen. Wofür? Ah! Art Attacks in Kampen. Ja, aber how kann man... Wie komme ich jetzt zurück? Einfach so? Ist das so einfach? Wow. Niiiui! Und jetzt, ich sag's dir. Jiuuuu! Kann es sein... Kann es sein, dass wir noch mehr Geld brauchen? Weil Geschwindigkeit und alles wird ja über... Raum, Zeit, Dings da... gehalten. Also, wenn ich durch ein Portal renne, wird die Geschwindigkeit auch behalten. Das heißt, wenn ich... Also, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier rein renne, komme ich drüben noch mit der selben Geschwindigkeit raus, oder? Das ist physikalisch so verwerflich, aber okay. Okay, mache ich. Ich komme hier nicht raus. Ich kann mich nicht im Ernst hier hochboosten. Ernsthaft? Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Hier kommt blau. Oh, ich muss es bewegen. Okay. Warte, warte, warte. Ja. Das kommt dann bis hier vorne an. Kann ich hier hüpfen. Aber ich komme bestimmt nicht hier rüber. Bis... Irgendwie nicht. Oder kann ich jetzt die Wand hochrennen? Könnte ja sein. Könnte ja sein. Oh, da... Ah, da muss Orange hin. Da war ein Orange. Das Kreuz, da muss Orange hin. Äh, aber... Leute, 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 Leute. Oder wenn ich recht habe, und das habe ich meistens, dann muss da Orange hin. So. Und an dem Orangenen Kreuz muss Blau hin. Das macht ja auch Sinn. Und da können wir vielleicht springen? Aha. Soll ich den da... Oh, ich weiß. Ich weiß, wie... Wir müssen uns da... Oh. Na, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Müssen wir uns hier rausschießen? Ja. Ja, ja, ja. Blau. Ich verwende nur noch Blau. Blau. Blaues Portal. Warte, ich komme hier nicht mehr weg. Ich muss mich erst nach da hinten schießen. Blaues Portal. So. Blaues Portal. Wir merken, blaues Portal. Blaues Portal. Dahin. Wenn wir jetzt rennen... Ich renne nur. Gut gemacht, Astronaut. Kriegsheldung oder Olympia-Sieger. Mit deiner Hilfe verändern... Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst. Das Ding nennt man Aufzug. Das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, mein Kopf ist so... Wir haben sogar das alte Aperture-Logo jetzt als Ladescreen. Cool. Darauf erstmal ein Schluck nicht vorhandenes Wolkwasser. Es ist 13 Uhr. Und das ist das erste... Oder beziehungsweise das zweite Mal, dass ich heute was trinke. Das erste Mal war in der letzten Folge. Dann stopfen wir euch 120 Dollar in die Plastiktüte. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Bäh. Okay. Ähm. Ich... Oh mein... Oh... Was? Da muss ich rennen. Das heißt, da muss Speed hin. Dann machen wir da jetzt mal Speed hin. Und dann vielleicht hier oben rausschießen lassen. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Wir machen es einfach mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurückkomme. Ich will nach da oben. Ähm. Wie komme ich nach da oben? Ich gehe jetzt mal da hinten hin. Was gibt es hier? Oh, okay. Gibt es ein Dings zu drauflegen? Hier ist so ein Ding. Und dann... Dann so? Ist das die Lösung? Einfach im Kreis laufen? Vielleicht... Ich habe jetzt meine Ahnung. Ich kann mich auf jeden Fall da hinschießen. Da gehe ich jetzt mal durch. Was ist das? Ich habe mich jetzt mal nach da hinten gedingst. Wie? Soll man bis hierher... Ich weiß, wie... Ja, klar. Und hier feuert man sich dann so hoch. Nee. Ich glaube, ich bin tot. Und überfordert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Game doch noch so hart wird. Ich würde mich jetzt mal so ein bisschen in diese Sache reindenken. Glaub ich. Ich habe keine Ahnung. Okay, also. Wir wollen mit einem Würfel, den wir noch nicht gesehen haben... Da ist der Würfel. Und da kommen wir hin, wenn wir hier springen. Aber um hier zu springen, müssen wir wirklich Maximum Speed mitnehmen. Und wo kriegen wir noch Maximum Speed her? Nirgends. Bouncen. Da muss man bouncen. Da kommt Bouncepaste hin. Ja. Und die Bouncepaste... Warte, 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 warte. Das ist schon wieder so richtig... Ja, 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 ja. Die Bouncepaste... Bounced uns dann hier rüber. Und gibt uns den Cubis. Mit dem Cubis können wir hier hingehen. Von hier können wir uns dann hier durchschießen. Zack, zack. Nehmen den Cubos und legen ihn hier drauf. Das bringt uns... Ich habe keine Ahnung, was uns das hier bringen soll. Ich habe nämlich auch noch keinen Weg gefunden, das zu reachen. Da muss Bouncepaste drauf. Da muss Bouncepaste drauf, Leute. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Und zwar auf dieses Ding kommen wir von da. Glaub ich? Bouncepaste? Nein! Nein! Ich weiß wie! Ich weiß wie! Oh, bin ich doof! Also sowieso. Aber oh! Ich weiß, wie wir die Bouncepaste dahin kriegen. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Hier kann was gegengeschossen werden, wenn man mit der Bouncepaste arbeitet. Ich weiß nicht, warum ich das Bouncepaste nenne, aber das ist jetzt der offizielle Fachbegriff. Da haben jetzt die Hardcore-Fans Pech gehabt. Das ist jetzt kein... Kein Jump-Game mehr oder wie heißt Bounce-Game mehr? Das ist jetzt... Das ist jetzt Sprungpaste. Was ist das? Blau, blau, blau. Ich habe halt einfach studiert. Ich habe das Game studiert. Zack, zack, bam. Jetzt ziehen wir hier oben hin und schießen uns dahin. Jetzt gibt es die Möglichkeit, hier ein Portal zu setzen. Und da. Und das funktioniert jetzt first try. Nein. Doch! Pum. Ne, ich bin gerade so gut im Run, ich möchte... Bitte nicht auseinander gehen. Das liegt richtig, ja. Na, ich weiß nicht, ob ich jetzt Aperture für... Sagen wir... Technische Modifikationen an meinem Körper bezahlen möchte. Je nachdem, was die Modifikationen bewirken. Ich kann mir auch eindeutig vorstellen, dass Aperture Gutes macht. Vielen Dank. Aber klar, das hat halt mein Weltbild gestört. Danke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verschaffen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Caroline, was kaufen Sie diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Ich habe keine Ahnung, aber ich äußere mich dazu einfach mal nicht. Weil... Ja. Hier hoch und da rüber. Okay, okay. Das habe ich mir schon gedacht, weil... Die Lüfter hier sind so präsent. Was ist Gamma? Gamma ist doch so... Bruce Banner, nicht? Ah! Oh, das war sogar sehr gut geschossen. Hier geht's weiter. Caroline, Caroline, wie ist... Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder... Oh Gott. Weißt du... Ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Kein Problem. Hä? Irgendwas... Wir werden hier sowas von zerpresst. Ah! Okay. Ich habe mir dieses... Oh, wir können Pump Station. Gil Pressure. Heißt das. Okay, man kann da nicht durchlaufen. Und ich glaube, die verlangen schon einem wirklich, dass man einem Potash ist. Und... Ja, ist... Gut. Ich glaube, das ist schon das dritte oder vierte Video, was ich heute aufnehme. Ah! Das weiße Zeug. Ähm. Wir müssen hier hoch. So. Wo ist denn das Weiße hergekommen? Also, wir können da hoch. War das gerade ein einfacher Grafik-Bug, oder? Okay. Da kommen wir irgendwie hin. Ah ja, klar. Wenn wir so bouncen. Also, man stellt sich so Dörf an wie ich. Dann geht eigentlich gar nix. Mit Anlauf! Fuiui! Und macht so ein bisschen blaue Paste ins Gesicht. So. Bäm! Flash! Oh Gott. Ach, Vogel! Töte das Misty! Gut für ihn. Also weiterdenken. Okay. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017